So ein Felsen, wo man total schöne Aussicht hat anscheinend. Und oben ist auch ein Fernsehcenter. Für die TV-Station. Wenn du sie noch mit, dann wird es noch ein bisschen. Oh, oh, Leute. Oh, das ist so schön. Ich habe einen Schrauben. Ich habe einen Schrauben, einen Schrauben. Ah, ich habe einen Schrauben. Wow, ich habe einen Schrauben. Das ist eine Schrauben. Du wirst, du hast gespannt. Es ist so ein Gehirn. Es ist so ein Zeug. Und das ist so ein Zeug. Ich bin eine Assegel. Und ich habe diese Nachbarn. Es ist ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß, dass meine Mäcke in Städt hier lehren. Sie machen sich das freshest. Wangen verkehren 체hrein. Na die Geschwung und kiehren. Das ist ja so viel natürlich. Ich habe noch niemanden, hier sind. Ich habe nur 15 liters. Wenn ich nur im Jahr leben. Ich habe nur ein paar Minuten am。 Ich weiß nicht, ob es nicht macht. Ich habe die Kühne, die schützt mich zu. Das ist ein Schuss, ich habe die Kühne. Ich habe die Kühne. Ich kann die Päu. Du hast die Kühne. Ich habe die Kühne. Ja, ich habe das Glück. Das ist von Arsch. In der Kuchen. Aber es ist Kohlertlöf. Die sagen nicht. Die sagen nicht. Palak Salak Dijk. Ja, Salak Dijklöf. Ah, Salak Dijklöf. 550 Meter weiter. Nach zwei Kilometern links abbiegen. Ja. 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 Ja.